In den letzten Jahren haben sich die Möglichkeiten der Geldanlage durch eine anhaltende Niedrigzinsphase gravierend verändert. Die DBK reagiert darauf mit neuen Produkten und vielfältigen Anlagestrategien. Wie können Sie trotz niedriger Zinsen Geld anlegen? Im Bereich der Altersvorsorge, bei der man über viele Jahrzehnte Geld anspart, bieten Anlagen in Aktien gute Möglichkeiten für stabile Erträge im Alter. Bereits heute erhalten unsere Versicherten mit einer modernen Rentenversicherung transparente und flexible Produkte. Bisher waren Investitionen in klassische Indexfonds, sogenannte ETFs, die erste Wahl bei der Anlagestrategie. Dabei konnten aber weder die Nachhaltigkeitskriterien der DBK berücksichtigt, noch eine Über- oder Untergewichtung einzelner Branchen oder Titel aus dem Index vorgenommen werden. Mit der neuen DBK Asset Management Gesellschaft haben wir nun aber die Möglichkeit, die Kapitalanlage noch besser zu machen und eigene Fonds aufzulegen, die ihren und unseren hohen Ansprüchen gerecht werden. Dafür haben wir den DBK Global Shares ins Leben gerufen, der nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne eines dauerhaften Wertzuwachses anstrebt, sondern auch umfassende ESG-Kriterien für eine nachhaltige Kapitalanlage berücksichtigt. ESG steht für Environment, Social und Governance. Der Schutz der Umwelt ist wichtiger denn je. Deshalb achten wir auf die Einhaltung von Umweltvorschriften, die Entwicklung und Verbreitung von umweltfreundlichen Technologien und Initiativen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Deshalb achten wir auf die Einhaltung der Menschenrechte, die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards, eine leistungsorientierte Vergütung und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Einhaltung von Arbeitsrechten und die Bekämpfung von Kinderarbeit. Die Unternehmensführung hat einen starken Einfluss auf den Erfolg. Daher achten wir auf eine Interessenvereinbarung zwischen Management und Investoren, eine langfristige, erfolgsabhängige Managementvergütung, nachhaltige Managemententscheidungen und eine stabile Gewinnentwicklung. Mit unserer neuen DBK Rentenversicherung können Sie also bewusst nachhaltig vorsorgen und gleichzeitig einen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft leisten. Der DBK Global Shares – gut für Sie und Ihre Umwelt.